ja und weiter geht die wilde fahrt ja nicht gehen und laufen so jetzt hat uns der typ hier der mann uns der immer noch was ist hier den weg frei gemacht jetzt können wir hier weiter laufen und das sieht ja wirklich schön aus was passiert dann jetzt hier da lang müssen wir okay gehen wir danke was sagt der kleine zu ihr was ist denn mit dem blumentopf hier auch hühner das finde ich so cool dass man hier alles so integrieren kann dass man alles gucken kann alles machen kann und jeder macht was anderes finde ich cool so dann gehen wir mal hier auch hier wieder eine frau einmal drehen guck mal der kleine sagt ach ich will wieder mal ja hier und was war der ach er fegt man der ist aber nett ein ball und werfen ja ich bin gut wenn ich den kleinen werfen lasse der trifft auch naja ja jetzt gibt es noch eine triffe immer her nimmst du einfach den ball die habe ich ja schon und wirst den im brunnen da kriegst du auch eine triffe ist eigentlich voll gemein ist heute die kleine aber aber nur mit dem kleinen jungen der sagt nichts dazu okay ja dann gehen wir mal hier wir können auch da runter gehen aber wir wollen mal hier rumlaufen vielleicht finden wir noch irgendwas schönes ja das war dann eine zweite triffe die man kriegen kann eigentlich voll gemein oh guck mal das ist ein Huhn ach ein Eichhörnchen kein Huhn oh da hätte man auch einwerfen können ja oh da ist ein Typ mal gucken was der kleine macht auf den Hintern hauen wer will nicht naja der kleine ist trotzdem frech ein bisschen Spatenreihe haben gut wir können hier runter gehen wir mal hier runter zu der Frau oder Mann und was da ist schauen wir mal was die uns zu sagen hat oh cool naja der kann das nicht ich glaube der kleine das kann ach und der kleine der kleine kann das krass ich komme über das Wasser aber hat er nicht Angst ne das geht wir wollen jetzt mal hier beide kontrollieren äääh so ah jetzt sind wir einmal um den Weg gegangen oh da steht der ist besoffen naja erstmal den großen fragen der ist besoffen der weiß nix der kleine ja genau immer was trinken so trinkt er das alkohol ist wenn der jährige verboten unter 18 okay wir nicht aber oh ist ja schön hier der Garten ne oder der der Wald oh oh was ist das denn naja jetzt kommt nein was das ist das ein Hund ja ein Hund oh oh ah jetzt müssen wir den hier guck mal was kommt er hier jetzt können wir mit dem jungen mit dem kleinen jungen da hängen ah komm 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 oh glücker jetzt wieder die großen hier bin ich jetzt können wir mit dem kleinen laufen schnell schnell noch einen und noch einen puh das war knapp jetzt können wir den großen wow hier noch den kleinen hier bin ich hier bin ich ja man muss ihn ein bisschen austricksen dann klappt das so jetzt gehen wir gleich schnell hier hoch und stemmen den großen los 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 jawohl jetzt haben wir es geschafft haben wir den Hund ausgedrickst sehr schön runterrutschen jetzt müssen wir hier rüber und wieder klettern so wie es aussieht jo dann klettern wir mal beiden sticks nach oben und auf geht's schön jetzt hier rüber springen wir hätten auch da runtergehen können aber da ist ja eigentlich gar nichts Fische sind da ah warte mal das will ich mal sehen was ist denn mit den Fischen da kann man die fangen aber er macht sich frisch und der kleine macht sich oh der spielt irgendwas okay ich will so einen Fisch fangen vielleicht kann man ihn ja fangen kann man nicht schade vielleicht geht's aber haben wir keine Zeit für komm kleiner dann wird's nicht hoch oh der große ist jetzt jetzt ja das ist gar nicht mal wow 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 nein ich will nicht da wieder zurück gar nicht mal so einfach mit den Joysticks beide zu lenken das wird sich immer dran gewöhnen ach guck mal hier jetzt müssen wir wieder den großen nein äh so wieder beide helfen sich gegenseitig sehr schön dann lassen wir mal das Ding hier runter das Seil und damit wir hochklettern können nein nicht hoch ah Mist dann lass es mir den Mist das war jetzt blöd aber der Kletterer kann auch klettern ja kann er gut wir müssen beide wieder klettern hui das geht schön ein Vogel ach ja die Vögel äh hat auch irgendwas zu sagen und hier gibt's gleich auch noch zwei drei Trophäen das zeige ich euch gleich vielleicht auch nochmal die man kriegen kann äh hier kann man den Vogel freilassen macht man aber nur mit dem Kleinen macht man eigentlich viel mit dem Kleinen zack tschüss gut dann geht man hier runter ja da gehen wir gleich hin komm gib Gas so hier sind nämlich Hasen ihr seht ja vier äh schwarze Hasen und das weißt du das will mit den Spielen aber das will nicht und jetzt machen wir das ganz einfach ich glaube das war mit dem Kleinen auch ne man nimmt den Hasen und schmeißt ihn hier rein zack jetzt ist der Hasen auch schwarze jetzt spielen die alle miteinander und das wäre auch ne Trophäe wert gewesen voll süß so und jetzt hier guck mal hier was man hier machen muss das ist ganz simpel hier geht mal rein mit dem Jungen und man läuft einfach aber man konnte ja nicht mit beiden äh da durch deswegen macht man das ganz einfach mit dem Schaf hier gibt es auch ne Trophäe ja man man weiß ja jetzt schon was man machen muss man kann das weiße Schaf auch da rein werfen in den in den Fuß und dann kriegst du eine Trophäe schwarze Schaf ja lauf mal ein bisschen Junge seht ihr auch nicht schlecht ne so ja wie gesagt also ihr müsst das Schaf da mitnehmen und dann da hinten zum Fuß bringen und dann da reinwerfen und prompt habt ihr dann auch äh eine Trophäe so jetzt gehen wir hier hoch ich will gar nicht so viel Spoilern hier ne mit den also mit der Trophäe ist ja gar kein Problem aber sonst oh oh ach guck mal dort noch Boden da ist der Hund der willkürlich durch die Gegend läuft na ganz langsam hier rum ja das geht alle noch woher ich denn da die ganze Zeit ein Wachsengewisper was ist das ach oh sie ne Riese was hat er denn der heult ja der scheint freudig gesund zu sein woher Rose wie wird uns jetzt den Weg zeigen cool weg Zeig uns mal den Weg. Wo müssen wir hin? Äh. Hier hoch oder was? Hä? Oh, trotz der Trampel uns nicht. Und jetzt? Ah, die mal an. Hui. Ah, cool. Der hilft uns. Und... Zack. Aber wieso ist hier eine Bank? Ach, danke, lieber... Ach, der kommt mit. Kann man sich hier hinhocken? Bestimmt, ne? Und was bringt das? Ach, geil. Schöne Aussicht. Nicht schlecht. Gut. Und jetzt müssen wir hin. Hey, Feuer! Ja, 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 ja. Da müssen wir hin. Ach, der hilft uns wieder. Ah, jetzt können wir uns rüberhangeln. Ah. Ich glaube, wenn ich jetzt loslassen würde, das wäre nicht schön. Cool. Der ist ja nett. Danke, aber warum hat der geheult, ey? Das weiß keiner, wa? Dann kommst du noch mit oder bleibst du da? Du bleibst da, wa? Gut. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Oh, oh. Schau dir hoch. Schön. Runter, runter. Und da war jetzt. Äh, was ist das? Ist das der... Ach, das ist der Riese. Ja, komm. Der hilft trotzdem jetzt. Das finde ich cool. Da ein bisschen hin. Da. Und jetzt? Wollt ich mal wieder rüber? Ach, da. Ich glaube, machst du jetzt. Äh, was macht ihr? Ach, Laber. Cool. Oh, zählt so wohl, ne? Ja. Schön. Das ist ja nett. Finde ich super. Und jetzt Riese? Das ist doch ein Riese, oder? Was soll das sein? Ne, oder? Was soll das sonst sein? Komische Vieh. Hat so komische Farbe gewesen. Da oben hoch? Okay, dann gehen wir da oben hoch. Oh. Oh. Papi hochklettern. Oh, das ist ja schnell. Äh. Ach so, da wird's hochspringen. Leck ich mal, ne? Und jetzt hier rum. Ah, guck mal. Da hilft er uns wieder. Jetzt müssen wir über den Arm klettern. Ii, das war glitschig. Zack, zack, zack. Über die Warzen. Hahaha. Ich bin jetzt hier hoch. Ja, los, kleiner. So. Ja, Riese, hilfst du uns wieder, oder wat? Boah, ist das geil. Riese, wo bist du? Und jetzt? Aua. Ui. Wow. Und wie der einen da so rumschleudert. Ui. Oh, jetzt sprengt der selber. Nein. Oh, ich bin runtergefahren mit der kleinen Scheiße. Dann halte ich mich mit dem großen nochmal eben fest. Und... Schwupp. Jetzt geht's rum. Ja, das schafft er nicht ganz gut, der Kleine, ne? Obwohl der... Das ist genau gleich mit dem großen. Ich glaube, der ältere Bruder ist einfach stärker. Ah, jetzt sind wir hier hoch. Und hier rum, okay. Und... Ach, da hinten läuft er ja. Jetzt hier hoch. Und wo ist er jetzt? Da ist er ja. Aua. Na, was sagst du denn Schönes? Müssen wir jetzt hin? Ja, das war's. Ja, das war's. Ehh... Mooooooon! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR